Ich muss noch mehr geblieben sein, die Katarine. Oh, mach dir nicht den Goya. Oh, oh, unser Tower ist down. Okay, ich muss den Tower dampfen mit Shogar. Und dann müssen wir da pushen. Und schon ist unser Tower down. Und die schaffen natürlich auch den Indivita zu pushen. Ah, wir haben wirklich ein Moog-Team. Ganz besonders Stanga und Twisted Fate. Aber Twisted Fate ist ja die Härte. Er teleportiert sich nach der Hände und verweckt. Ein Verbündeter wurde getrunken. Gut, er hat schon drei Kissen gegeneinander. Elf, zwölf, dreizehn. Wäre besser, dreizehn, zwölf, elf. Ich wäre schon wieder. Guck mal, ob wir die 20er, ähm, 20er-Grenze überschreiten bei den Kills. Das wäre doch schön. Alter, diese Fasalen sind so stark. 3000 Leben. Und da schickt man nur 25 niedrige Gold, wenn man die killt. Oh, Mann. Ich bin jetzt auch dafür, dass wir aufgeben. Wir losen gerade sowas von doll. Wie viel habt ihr jetzt? 19,6. Ja, ich bin jetzt. Oh, Mann. Okay. 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 So, wir schauen euch das jetzt. Okay. 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 Wir können gewinnen, wenn die jetzt alle ausschalten und entfuschen. Boah, wie viel Schadensmacht. Schnapp' ich mir noch kurz. Oh ne, jetzt wird's noch aufbauen. Der Tower hat noch freiges Leben, jetzt ist's schlecht. Ich setz mir doch meinen Mana-Trank ein. So, da haben wir den Kuba. Ich habe eine große Größe untertitelt. Ein Gegner wurde getötet. Ein Gegner verfällt im Bluthaus. Ich schmierde dich in den Scheisse-Donchen. Warum lang ist eigentlich hier lang? Ich hatte einen sogenannten einen Bless die in denusten Sch grab Ich habe eine große Aufgabe in den Schimpan zu retteln. Ah, nee! Was ist hier klar? Okay, wenn Ramos weiter tankt, dann könnten wir den nächsten Tower auch schaffen. Der Gegner in einen Turm zerstört. Wenn er den jetzt death, dann könnten wir sogar noch gewinnen. Der Kleiner ist den Inhibitor. Warum auch? Toll, ist keiner mitdebt. Dann gehen wir wieder super. So, push, push, push. Man sollte einfach nur mal die Geräte bei ihr kaufen. Komm, Casey. Casey, jetzt push einfach. Ich bin die Sammeldingin. Ich bin die Sammeldingin. Ich bin die Sammeldingin. Ich bin die Sammeldingin. Der ist jetzt sowieso zu spät wieder zum Kruschen. Ein Verbündeter wurde getötet. Ähm, wenn jetzt Ramos kommt und den hier mit... Gut, komm. Ey, toll, dass keiner von unserem Team mitgeholfen hat. Ist doch wieder Werther. Aber wir haben... Okay, wir müssen jetzt nur noch alle im Team spielen. Jetzt ist die schon legendär, Alter. Nein, sie ist fast gestorben, Alter. Meine Ulti zieht jetzt aber auch schon sehr viel. Ich glaube schon jetzt als nächstes. Was hole ich mir? Magie, Fähigkeitsstärke? Ne, ich guck mal nach. Oh, da war schon wieder ein neues Video. Magie, Rästern. Ja, ich glaube, ich will mir das hier. Jetzt sind sie, glaube ich, durch. Alter, ich bin jetzt auf Kass. Alter. Alter. Jetzt fällt der Tower down. Ich bin jetzt ab, wenn wir das hier... Und dann bin ich da... Wir haben das hier. Wir haben das hier. Wir haben das hier. Wir haben das hier. So, da haben die gewonnen. Hoffentlich, da kriegst du jetzt Surrender. Okay, jetzt hat's sowieso keinen Sinn mehr. Jetzt explodiert er zweimal. So, dann würde ich sagen, tschüss, bis ihr nur das Typ habt. So, dann würde ich sagen, tschüss.